Viele Spiele in den frühen 90ern und 2000ern hatten noch gar kein richtiges Licht gehabt. Und da muss man sich was einfallen lassen, um Licht und Schatten in Spielen zu simulieren. Und da kommt die Idee von Vertex Shading und Vertex Painting her. Neben UV-Mapping und Texturing, das Ganze mit Vertex Shading kombiniert, haben Spiele wie Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tomb Raider, die ersten Need for Speeds, Rayman oder auch Super Mario viele eigenständige Designs entwickelt. Doch wie kannst du das Ganze selbst nachbauen und für deine Projekte anwenden? Ich zeige es dir in der heutigen Folge von Blender 4.3 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer Fragen, Feedback, Meinungen oder Lob zum Video gerne in die Kommentare schreiben. Und schon geht's los. Beginnen wir mal zuerst, indem wir den Würfel hier austauschen, mit X-Delete löschen und dann über das Add-Menü oder eben Shift-A hierbei ein neues Mesh einfügen und zwar eine UV-Sphäre. Und die können wir hier auch genauso lassen, wie sie ist, aber auch bei Bedarf hier unten links die Anzahl der Segmente und Ringe erhöhen. Wichtig ist nur, wir müssen danach wieder in den Object-Mode gehen. Beim Designen von Meshes hast du grundlegend eine Frage selbst zu klären. Willst du die Kanten und Flächen wirklich sehen oder sollen die nachher in einem fließenden Übergang verschwinden, sowohl beim Rendern deiner Szene in Blender und auch beim Exportieren der 3D-Modelle in andere Game-Engines zum Beispiel? Wir reden hierbei von Shade Flat und Shade Smooth. Beim Flat Shading hast du das Ganze genau wie es hier aussieht, flächenbasiert genauestens sichtbar. Wenn hier Licht einfällt, dann verläuft das Ganze pro Fläche nach außen hin immer schwächer, bis hier unten auch der Schatten auftaucht. Während, wenn du das Ganze rechts klickst und anstelle von Shade Flat ganz oben hier Shade Smooth auswählst, du einen fließenden, interpolierten Übergang hast und es so wirkt, als ob diese ganzen Kanten gar nicht existieren. Wirklich ein linearer Farbverlauf vom Mittelpunkt hier zum Rand der Kugel, was in vielen Fällen sogar besser aussieht und gerade auch bei Objekten, die Low Poly sind, also sehr wenige Polygone und Ecken und Kanten haben, das Ganze wirklich sehr schön aufwertet. Das kannst du für jedes einzelne deiner Meshes genau bestimmen, einfach per Rechtsklick Shade Flat oder Shade Smooth hier auswählbar. Damit Shade Smooth und Shade Flat korrekt funktionieren, müssen Daten im Mesh gespeichert werden, die aber nicht direkt hier rechts in Blender erkennbar sind. Wir reden von einer mathematischen Komponente namens Normalen im Englischen Normals. Diese ist eigentlich nur ein Vektor, eine Art Pfeil, der bestimmt, wo eben eine Außenfläche oder ein Punkt quasi hinzeigt. Eben die Bestimmung der Richtung der Außenflächen für jedes einzelne Face hier in unserem Mesh. Und gucken wir uns doch mal zuerst an, wie eigentlich Außen- und Innenflächen definiert werden. Eine Fläche hat ja grundlegend immer zwei Seiten, diejenige, die nach außen zeigt und diejenige, die nach innen ins Mesh hinein zeigt. Wenn wir hier oben bei den Overlays drüber hovern, finden wir hier unten die Face Orientation. Beim Aktivieren dieser wird unser Mesh blau oder rot. Blau heißt, dass wir hier die Außenflächen haben, während wenn wir reinzoomen, hier innen drin sehen, diese Flächen sind rot. Und das sind eben die Innenflächen. Wichtig ist, beim Rendern wird grundlegend auf die roten Flächen, also auf die Innenflächen, nie etwas gerendert. Nur auf die Außenflächen, es sei denn, man bestimmt bei den Materials gewisse Eigenschaften, sodass auf beiden Seiten die Textur nachher zu sehen sein soll. Und wir können mal mit Tab in den Edit Mode gehen und uns das ein bisschen genauer anschauen. Denn neben den Overlays hier oben, haben wir auch daneben noch hier dieses Menü für die Mesh Edit Mode Overlays. Und hier unten drunter finden wir unter anderem hier Display Normals für die Flächen. Und somit sehen wir auch, in welche Richtung blickt diese Fläche eigentlich. Wenn wir Außenflächen mal zu Innenflächen umwandeln wollen, können wir das mit Shift und N machen. Das ist nämlich die Funktion des Recalculate Normals. Unten links in der Ecke finden wir auch dafür ein Aktionspanel, wo wir sagen können Inside. Und ihr seht, wenn das auf Inside gedreht wird, tauschen die Ausrichtungen eben ihre Position. Was Außen war, wird Innen und umgekehrt. Denn jetzt zeigen alle Normals in dem Mesh hier nach Innen. Damit wir sehen können, was eigentlich Shade Smooth ändert, machen wir nochmal die Außenflächen nach außen. Und jetzt werden wir hier oben bei den Mesh Edit Mode Overlays mal den Flächen Normal deaktivieren. Und wir aktivieren die beiden Symbole links daneben. Wir haben nämlich einmal hier den Mittelpunkt unserer Vertex Normalen und die individuellen Vertex Normalen. Was heißt individuell? Wenn ein Vertex an vier Flächen angrenzt, hat er vier verschiedene Normalen, weil er wird von dieser Fläche genutzt, von dieser hier, von dieser hier und von dieser hier. Und hingegen dieser blaue Strich, den ihr hier seht, das ist der Mittelpunkt dieser vier. Wenn wir jetzt in den Object Mode zurückgehen mit Tab und wir machen Rechtsklick, Shade Smooth und gehen wieder in den Edit Mode, seht ihr, diese vielen Striche sind verschwunden. Denn genau da kommt der mathematische Trick ins Spiel. Und so sieht es einfach aus, als ob es gar keine harten Kanten gäbe. Die normalen werden auf die Mittelpunkte verrechnet und bilden damit einen fließenden Übergang. Weiter als das gehen wir mit diesem Thema aber nicht. Es ist für dich nur grundlegend zu wissen, was sind Außenflächen, was sind Innenflächen, was sind Normals und wie kannst du Flächen eben wechseln. Und zwar mit Shift-N, Recalculate Normals, Inside oder Outside. Kommen wir jetzt zur zweiten Art von Daten, die wir in Vertices einfügen können. Und wie anfangs genannt, geht es um die Vertex Colors im Rahmen von Vertex Painting. Was genau machen wir hier? Wir wählen ein Mesh aus, gehen mal ein bisschen näher ran, dass wir hier jeden Punkt genau vor uns haben und dann wechseln wir oben links vom Object Mode hier in Vertex Paint. Das können wir übrigens auch über das Kuchenmenü machen, wenn wir kurz Tab gedrückt halten, die Maus bewegen und dann hier Vertex Paint auswählen. Dafür musst du es aber in den Präferenzen aktiviert haben. In dem Modus Vertex Painting ist es sehr ähnlich zu Texture Painting. Wir haben oben links unsere Farbauswahl, die Art, wie die Farbe aufgetragen werden soll. Wir können einen Radius für den Pinsel hier bestimmen. Wir haben unsere Druckstärke von unserem Pinsel und daneben die kleinen Stift-Symbole, falls wir auch Grafiktablets nutzen, um zu sagen, ob die Druckstärke unseres Stiftes auf das Tablet auch den Radius und oder die Stärke beeinflussen soll, ja oder nein. Am linken Rand wie gewohnt mit T die Werkzeugleiste, wo wir hier nur ein paar Funktionen haben. Und am unteren Rand des Bildschirms links die verschiedenen Pinselarten, die wir hier nutzen können. In diesem Modus gibt es immer einen wesentlichen Unterschied. Damit du Vertex Painting machen kannst, brauchst du keine UV-Map in deinem Mesh, denn all die Daten, die wir jetzt malen, gehen direkt auf die einzelnen Punkte unseres Meshes drauf. Ich zeige es dir mal. Wir zoomen mal hier ein bisschen ran und wir wählen mal hier oben die Farbe schwarz aus für Schatten zu malen. Mal angenommen, hier unten wären Flächen eher im Schatten. Und jetzt wollen wir hier Flächen anmalen. Du siehst hier, wir können da reinmalen, wie wir wollen, da passiert nichts. Die Farbe kommt erst ins Spiel, wenn wir einen Vertex treffen. Denn dann wird die Farbe dieses Vertices auf schwarz gesetzt und durch das Rendering entsteht hier eine Art Farbverlauf entlang der benachbarten Kanten und auch der benachbarten Flächen dieses Vertices. Jetzt können wir hier weitere Vertices anmalen und du siehst, so entsteht hier Schatten. Und eventuell kommen diese Dreiecksformen aus manchen alten Spielen doch bekannt vor. Vielleicht ein Rayman, ein Zelda-Game, die ersten Lara Croft-Teile oder Spyro the Dragon, Crash Bandicoot. Du wirst bestimmt viele Games in Erinnerung haben, wo genau diese Technik so genutzt wurde. Denn das ist die Art, wie Licht und Schatten erzeugt wurden, während Grafikkarten und die Games noch gar nicht in der Lage waren, wirklich realistische Lichter zu rendern. Eine ganz simple Methodik, um einen Shader zu bauen, der die Textur mit ein bisschen Schwarz-Weiß-Manipulation eben aufleuchten oder verdunkeln lässt. Um jetzt dieses Prinzip von Licht und Schatten oder auch Farben im Rahmen von Vertex Colors mit der Vermischung von Texturen funktioniert, brauchen wir ein Material. Und das legen wir entweder hier rechts an in diesem Tab und wir haben hier bei Materials dann hier den Button Plus New, um eins anzulegen. Oder wir können auch von hier aus in den Reiter Shading wechseln. Und dann haben wir auch hier in der Mitte hier unten den Button Plus New. Ist genau das Gleiche, egal ob wir hier rechts drauf drücken oder hier links. Wenn wir es auswählen, sehen wir, da oben rechts taucht hier das Material auf mit all den Infos und wir kriegen ja auch hier in der Mitte zwei sogenannte Shading Nodes. Also Knoten mit Kabeln, die nachher eine Logik ergeben. Wir machen in diesem Dialogfenster hier unten im Grunde visuelles Programmieren, ohne auch nur eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Aber am Ende des Tages ist ein Shader, den wir aus Shading Nodes bauen, nichts anderes wie ein Programm, was auf der Grafikkarte läuft, um Inputs zu verarbeiten und daraus ein fertiges Bild oder eben Textur zu erstellen. Und genau das machen wir in Blender und auch in jeder Game Engine, um gewisse Magie zu unserem Mesh hinzuzufügen. Versuchen wir doch jetzt mal die Farben aus unserem Vertex Painting hier auf unserem Mesh und diesen Shader hier zu übertragen. Wo kommen die Daten her? Nun, du siehst ja hier oben, dass wir hier die Base Color haben und da ist links ein Punkt dran, für einen Input auf diesen Output hier zu mappen. Denn du kannst dir merken, wenn ein Punkt auf der linken Seite hier ist, haben wir einen Input und wenn ein Punkt auf der rechten Seite hier wäre, dann wäre das Ganze ein Output. Und wir wollen Outputs immer an Inputs verbinden. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an unsere Vertex Farben ran? Nun, wir wissen, das Ganze sind Attribute in der Form von Farben. Wir gehen mal hier unten im Shader Editor hin, in eine freie Stelle und drücken mal wie gewohnt Shift-A oder eben hier oben das Add-Menü zum Suchen von einzelnen Nodes. Wir haben hier Inputs, die eben einen Output bieten und wir finden hier das Color Attribute. Das ist nämlich genau das, was wir jetzt brauchen. Wir wählen eine Position aus, wo es ablegen möchten, zum Beispiel hier links, ungefähr hier so. Und jetzt können wir den Output Color an den Input Base Color rankleben per Kabel und ihr seht, da taucht die schwarze Farbe hier oben auf unserem Mesh jetzt auf. Jetzt werden die Daten von den Vertices eben, den Farbattributen, werden auf den Shader gelegt als Farbe. Und das können wir auch hier mit Alpha machen. Eben Alpha ist die Transparenz, die können wir hier auf Alpha ummünzen. Soweit, so gut. Diese Logik können wir jetzt kombinieren mit Texturen, um Grafiken zu erzeugen, wie früher bei den Tomb Raider, Spyro, Crash Bandicoot, ersten Mario Games oder auch den ersten Need for Speed teilen. Wir nehmen eine Textur hier in dem Falle etwas Sandiges wie in Minecraft und ich stimm mal die hier rein für das gewisse Retro-Feeling. Jetzt haben wir hier unsere Textur, die zieht man hier nach oben und wir haben hier unser Color Attribute von den Vertices. Und wie können wir das Ganze jetzt miteinander mischen? Sehr simpel. Wir wollen jetzt, dass einmal auch diese Color hier auf den Base Color Input geht und wir merken, das tauscht das Kabel aus. Dadurch wird das Color Attribute hier unten abgelöst. Bei Alpha hierbei genau das Gleiche. Wie können wir dafür sorgen, dass beides zusammen hierfür genutzt wird? Wir müssen die Farben miteinander mischen. Ungefähr so, wie wenn wir auf unsere Texturen drauf malen und wir hier oben den Blending Mode nutzen. Es gibt zum Glück eine gleichnamige Note hier unten im Shader. Und zwar zum Mischen von Farben nehmen wir Mix Color. Das heißt, wir nehmen mal hier Shift A, suchen nach Color und finden hier ganz oben direkt Mix Color. Jetzt können wir das Ganze hier platzieren. Und zwar so, dass es ein Kabel berührt und unsere Textur wird hierbei auf A gelegt und unsere Vertex Farben hier unten auf B. Und die beiden zusammen werden jetzt 50-50 gemischt und hier oben in unser Material ausgespuckt. Das Ganze sieht aber noch nicht unbedingt wie Licht und Schatten aus. Deswegen müssen wir ein paar Konfigurationen vornehmen. Und zwar hier unten in der Color Mix Note. Wir können mal hier von dem Modus Mix umstellen auf zum Beispiel Verdunkeln. Jetzt haben wir hier 50-50 zwischen unserer Textur und als Verdunklung nehmen wir hierbei unsere Vertex Farben. Wenn wir hier den Faktor reduzieren auf 0, haben wir das Ganze komplett auf Basis der Textur. Und wenn wir jetzt hier mehr Richtung 100% gehen, dann haben wir wirklich die Textur von unseren Vertex Farben obendrauf sichtbar. Wir wollen mal so einen Wert nehmen wie hier 0,8 und merken trotzdem, hier ist noch so ein grauer Rand drumherum, der nicht wirklich schön aussieht. Wie können wir das Ganze verändern? Wir ändern es ab von Verdunkeln auf Multiplizieren. Und mit Multiplizieren haben wir jetzt hier wirklich Licht und Schatten. Der Boden ist normal hell und da wo unsere schwarze Fläche ist, ist jetzt mit Faktor 0,874 hier das Schwarz drauf multipliziert. Das heißt, wir können das Ganze erhöhen, um es dunkler werden zu lassen und verringern, um es heller sein zu lassen. Das dürfte schon die Idee geben für einen Tag-Nacht-Zyklus, ohne dass wir auch nur irgendeine Lichtquelle in unserer Szene haben. Ziemlich cool, oder? Stellen wir mal hier unten das Multiply auf den Faktor 1 und gehen ins obere Fenster. Denn jetzt können wir mit einem größeren, breiteren Radius mal hier den schwarzen Farbton im Vertex-Paint-Modus hier oben links komplett über die untere Hälfte der Kugel vermahlen und wir sehen, wir haben hier einen sehr starken Schatten, der alles hier unten verdunkeln würde. Aber, wenn wir von Schwarz auf einzelne Graustufen abweichend nach und nach hingehen und das hier oben Stück für Stück bemalen, seht ihr, wir könnten hier auch eine Art Farbverlauf erzeugen mit verschiedenen Graustufen, um stärkere bis schwächere Schatten zu erzeugen. Und so können wir auch einen gewissen Realismus hier reinbringen, der sogar halbwegs Sinn macht. Sachen in Ecken könnten sehr viel dunkler sein, während Gebäudeschatten, die sich schon sehr weit ziehen, eher vielleicht hier nur noch leicht schattig sind und immer weiter hier oben ihren Schatten abnehmen. Und das ist doch schon mal ein sehr interessanter Schattenverlauf. Wenn man das jetzt kombiniert mit dem Faktor von 1 bis 0 hier unten, kann man sagen, je später es am Nachmittag oder Abend wird, desto stärker entwickeln sich die Schatten hierbei und desto höher ist hier unten der Multiplikator. Nehmen wir mal das Beispielvideo aus der Godot Engine 4.4. Da ist jetzt auch Vertex Shading als Feature verfügbar. Und man sieht hier, das Game sieht aus wie früher Need for Speed Underground 1 oder 2, vielleicht auch wie Spyro oder Crash Bandicoot, die ersten Tomb Raider Games, Super Mario. Diese Texturen und das Farbmuster auf dem Boden kommen einem schon sehr vertraut vor. Und diese Möglichkeiten hast du mit diesem Video jetzt auch in Blender. Du kannst alles einfärben mit Texturen und mit Vertex Farben zusammen, um einen schönen Retro Look zu erzeugen. Vergess nicht, dass Licht und Schatten nur ein Beispiel sind. Du kannst auch ein Mesh komplett einfärben und texturieren, ohne UV Mapping und ohne Texturing. Du kannst allen Vertices einfach Farben geben und damit einen Charakter bauen, einen Gegenstand, eine Szene, ein Level. Es ist dir überlassen, wofür du jetzt in dem Falle Vertex Shading und Vertex Colors nutzen möchtest. Aber ausprobieren ist in jedem Falle Pflicht. Was du in jedem Falle probieren solltest, ist mal hier oben von Vertex Paint auf Object Mode zu gehen und diese Kugel per Rechtsklick auf Shade Smooth zu ändern. Selbst wenn die ganzen Flächen eher abgerundet und fortlaufend sind durch eine schöne Interpolation, kannst du hier unten mit dem Shader eine Menge Spielereien erzeugen. Den Faktor reduzieren oder doch wieder erhöhen für mehr Schatten und hinten dran auch von dem Principled BSDF Shader hier die verschiedenen Werte nutzen. Was passiert, wenn du zum Beispiel jetzt hier die Farbe auch noch oben drauf in Metallic reinstöpselst, dass das Ganze an manchen Stellen metallischer ist, an anderen vielleicht weniger oder die von der Textur. Wie wirkt sich Metallic-Ness auf das Material aus? Eine stärkere Metallic-Optik, weniger Rauheit oder doch mehr Rauheit und weniger Metall. Das Verkabeln von einzelnen Farbwerten und das richtige Abmischen kann zu großen Erfolgen führen mit ganz wenig Aufwand. Man muss nur ein bisschen experimentieren und verstehen, woher die Daten kommen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest, schreib mir gerne Fragen, Feedback und Meinungen zu den Themen und zur Folge in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Seid gespannt. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.